Wer fangt an? Filmst du schon? Geht schon los? Klappt ja die Erste. Ja. Ja, geht los. Ja, grüß euch. Wir sind Breitlein. Nein, Breitlein-Rocke, das spricht man so. Grüß euch. Ah, ich bin ja wirklich krutscht. Du bist das alles verwenden, oder? Nein. Ich glaube schon. Ich schneide schon weg. Vielleicht fangst du an. Wir sind Breitlein-Walking. Wir sind... Wir grüßen, wer ist denn nicht? Hallo, wir sind Breitlein-Walking. Wir sind Brüder, Mark und... Tom. Tom. Und der Checky. Und wir gehen... Noch einmal. Oh, meine... Geil. Ja, grüß euch. Wir sind Breitlein-Walking. Wir sind zwei Brüder aus Bonsdorf in Kärnten. Nämlich der Mark, ein älterer Bruder. Das ist der Einsatz, du musst mich vorstellen. Und der Tom. Das ist mein jüngerer Bruder. Ja, wir sind genau jetzt an dem Ort, wo vor ungefähr 1,5 Monaten die Idee für unsere nächste Waldwanderung entstanden ist. Wir werden ab November der Ireland Way gehen. Gute Freundin von dir hat den entwickelt. Ja. 900 Kilometer durch ganz Irland und wir gehen das ohne Geld. Wir dürfen nichts kaufen und wir sammeln Geld für die Obdachlosenhilfe in Zusammenarbeit mit der Caritas. Also wir spenden für das Eckerhaus in Klauenfurt. Und bevor es dann richtig losgeht im November, wenn wir euch jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen auf dem Laufenden halten, über unser Charity-Projekt, über uns uns ein bisschen vorstellen, unsere letzten Waldwanderungen. Der Mark ist ja die ganze Westküste gegangen. Den Wild Atlantic Way fast 3000 Kilometer und zuvor nach Santiago und nach Rom und nach Assisi. Und gemeinsam sind wir im Spiel gegangen in Israel. Das war meine erste Waldwanderung. Ich habe sie überlebt. War, glaube ich, auch der Erste, der die Waldwanderung mit drei Blasen gestartet ist. Aber irgendwie wird man süchtig und mein nächstes Ziel ist jetzt an Irland. Und das freue ich mich schon sehr. Kann man stehen lassen, oder? Ja, passt schon. Das ist ganz gut. Schon reichen. Das ist wahrscheinlich nicht eingeschult. Mach Scheiße. Ich glaube, man hat übrigens nur einen Schäckchen gekauft.